... und Frank Buschmann. Und ich weiß, wir haben Lust auf Fußball, Maddie. Auf geht's! Heute heißt es 1. FC Köln gegen Hannover 96. Und nun Matthias Lehmann. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Und, ja, und den hält er auch noch fest. Das sind zwar 3 Euro ins Phrasenschwein, aber man sieht's hier, Fußball ist ein Mannschaftsspiel. Der Abwehr steht sicher, fängt die Flank ab. Und nun Matthias Lehmann. Ganz sauber den... Und, und jetzt! Gut gemacht vom Torwart. Ein starkes Defensivverhalten. Da kann sich der Torwart bei seinen Mannschaftskameraden bedanken. Klare Sache, Einwurf. Und nun Matthias Lehmann. Diesen Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Hier wird richtig gekippt. Kiotake. Stindl. Jetzt greift er ihn an. Kevin Vogt. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Und nun Leon Andreas. Erfolgreicher Zweikampf. Uccia. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Das war eine faire Aktion. Kiotake. Stindl. Jetzt kann er flanken. Antony Uccia. Das ist jetzt gut. Guck mal hin. Großes Fußballkino. Ein fantastischer Torwart. Wohl dem, der so einen da hinten drin hat. Kevin Vogt. Kevin Nehmer. Ja, es gibt Einwurf. Er läuft und läuft. Der Ball immer am Fuß. Aber irgendwann muss er doch abspielen. Dafür gibt es den Freistoß. Und das aus gefährlicher Position. Da war doch die Gesundheit des Spielers in Gefahr. Und er kriegt nur gelb, der andere. Dafür muss er normalerweise vom Platz. Überhaupt keine Frage. Dafür gehst du in 99 Prozent der Fälle runter. Das sah nicht ungefährlich aus. Gut. Oh, ein hartes Zweikampfverhalten. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Marcel Risse. Schuss und. Da wird zum Eckball geklärt. Jawohl, tolle Parade des Torhüters und souverän festgehalten den Ball. Kommt, komm. Das ist immer schön. Das ist immer demoralisierend für den Gegner. Und der war ja praktisch gar nicht mehr da. Ja, ja, das ist genau das. Die hatten schon abgeschaltet. Und wenn du dann nochmal nachsetzt, so wie hier, dann hast du diesen berühmten psychologischen Vorteil. 1 zu 0 zur Pause. Knappe Führung. Alles noch sehr, sehr wackelig. Jetzt haben sie doch tatsächlich kurz vor dem Ende noch ein Tor gemacht. Das beflügelt sie. Ja, und das gibt Selbstvertrauen für die Halbzeitansprache. Die werden jetzt mit dieser berühmt-berüchtigten breiten Brust wieder rauskommen. Der Schiedsrichter sagt, es ist alles in Ordnung. Und dann geht's in den zweiten Durchgang. Daniel Halver. Das sieht gut aus für den ersten FC Köln. Er ist einfach zu früh losgelaufen. Und zwar ins Abseits. So, das ist Abseits. Brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Wir belegen das mit der Zeitlupe. Das Gespann hat sofort gesehen. Piotake. Und Achtung, genau hingeschaut. Und da kommt der Gegner an den Ball und bringt diesen Angriff erstmal zum Erliegen. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Beine Rangelei um den Ball. Geht er rein. Und Tor. Und Tor. Und Tor. Also das hatten sich wohl viele Experten, Buschi, hier ganz anders vorgestellt. Sie haben ja nicht nur diesen Treffer erzielt, sondern sich dazu ja auch noch eine ganze Reihe weiterer Chancen erspielt. Und von einem Spiel auf Augenhöhe, das wir ja erwartet haben, kann hier überhaupt keine Rede sein. Sie haben nichts mehr zu verlieren. Alle mal nach vorne. Und noch eine Offensivkraft, noch ein Stürmer. Also bald wirklich mit 5, 6 Offensiven. Das ist gefährlich, aber das zeigt den Willen. Piotake. Und nun Leon Andreas. Sané. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Auf der Außenbahn holt er sich den Ball zurück. Und nun Leon Andreas. Vitaun Kurt. Breczko. Anthony Uccia. Stindl. Antony Oja. Jakuna. Kevin Vogt, Piotake, Schmiedebach, also die Chance hat er vertan. Jetzt kann die Flanke kommen. Und nun Matthias Lehmann. Ja, da ist er ja fast der elfte Feldspieler. Er holt sich den Ball weit vor dem Tor. Aber richtig gut gemacht. Und es war wichtig, dass er hier rauskam. Und nun Leon Andreas. Und nach dem Schluss pfiff das Endresultat. 2 zu 0. Sie haben doch tatsächlich weniger Ballbesitz gehabt und trotzdem gewonnen. Sollen wir glauben, dass das ein Widerspruch ist?